Schönes Futter! Ja, los geht's! Jetzt sind wir ziemlich am Schluss. Da ist auch noch eine erste Reiche. Ja. Mehr stirbt jetzt. Ich bin höchst. Ich bin höchst. Wenn es los geht, ist super. Fährt das gar nicht. Ja, ich sag auch. Es geht schon hell. Wow, flinkt gut auszudämmen. So, der einzige Achterfall, wo ich mich verspüre, wie viele meine Höhe haben sie auf der Wester. So, jetzt hier möchte er nicht unbedingt. Ja, da geht's auch gut. So. 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 Oh my. Feuerwehrs! Wie ist es? Woaa! Wow! Ja. 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 Ah. Ohohoh! Ja, das war eine super tolle Fahrt heute. Ja, die war heute echt gut drauf. Du hast aber die Schlussbremse gemerkt, es hat deutlich stärker unten geblendet. Ja, ja, die war schnell heute drauf. Die Bremse hat aufgegriffen, wo sonst fast man nicht auf die Strecke kam. Was hat denn heute los gemacht? Super war das. Nein, das war echt eine Topfad. Das sieht sonst nicht aus. Die war gut drauf heute. Total, die ist aus. Ja, die erste Reise. Ja, ja. Jetzt schaust du schon so. Wie sind wir loslassen? Ja, die waren jetzt aber auch gut gefahren, muss ich sagen. Die haben fast nicht im Griff. Du hast ja gedacht, wenn man zum Stillstand ist. Nein, das war super. Super! Super! Und nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Ah, bueno! Und nochmal! Und nochmal!